Hi aus dem Video Studio der Design Factory. Heute mal mit einem neuen Format und zwar ein Screencast über ein CRD Projekt, was die Jungs hier mitgebracht haben. Die werden sich gleich selber vorstellen. Heute haben wir uns nicht ganz die Mühe gemacht mit dem Aufbau, deswegen sieht es hinten auch aus wie Kraut und Rüben. Aber es geht auch mehr um Inhaltliches und zwar werden wir CRD bauen in Fusion mit einem Projekt, was die Jungs schon sehr weit vorangetrieben haben und ich glaube dazu sagt ihr jetzt mal was, beziehungsweise stelle ich vielleicht kurz vor. Genau, legt einfach mal los, ich kann dann die PDF aufmachen, wenn ihr wollt. Servus, ich bin der Max, ich habe heute bei mir den Aaron und den Kahn. Wir sind von der Hufvillip Forzheim, machen da gerade unseren Masterstudiengang Engineering & Management und haben da eben Fachstudienproduktentwicklung, wo wir uns eben ein cooles Produkt selber ausdenken müssten. Da haben wir uns eben für eine Flasche entschieden, die eben das Trinkverhalten von den Menschen verbessern soll und da machen wir uns zusammen mit dem Martin das PRD-Modell. Genau, mit dem Mikro vielleicht ein bisschen näher ran. Kleine Technik-Sachen lösen wir auch noch, aber hier erstmal zur PDF, vielleicht sagt ihr da kurz du was. Genau, da kann ich einfach kurz eingehen. Wir haben eine PDF erstellt, so mitgebracht, haben einfach mal die Bestandteile für unser Endprodukt aufgelistet. Wir haben dann einen Case zum Beispiel, das wir heute mit Martin zusammen modellieren wollen. An der Seite sind die Elektroden, mit denen wir nach später die Bioimpedanz messen sollen. Wir haben vorne eine RGB LED, mit der wir anzeigen wollen, dass die Person wieder trinken soll und unten im Endeffekt ist eine Hülle, wo die ganze Technik verstaut werden soll. Nun, für das Video heute geht es darum, diese Skizzen hier nachzubauen als Flächenmodell. Ich habe das Ganze, die Tonspur nochmal neu eingesprochen, da leider in der Originalaufnahme Doppelungen drin waren, bzw. ein Echo. Deswegen jetzt einfach nochmal ein kleines Voice-Over. Es gibt schon ein Modell der Flasche, das hier zu sehen ist. Allerdings sind da einige Umstimmigkeiten bzw. es funktioniert so noch nicht ganz, weswegen wir uns entschieden haben, anhand dieser Skizzen ein neues Modell aufzubauen. Im Laufe des Videos haben sich auch kleinere Designänderungen ergeben, die das Design der Flasche einfach nochmal etwas integrierter und etwas ausgewogener gemacht haben. Aber das werdet ihr dann sehen entlang der Aufnahme. Erster Schritt war, die Skizzen bzw. als Ansichtsbereiche in Fusion reinzuholen, weswegen ich einfach Tool oder Gebrauch von dem Snipping-Tool gemacht habe und die Seiten und eine Vorderansicht mir in Fusion rein geladen haben. Ich werde zwischendrin einfach mal ein bisschen durch die Aufnahme durch beschleunigen, um etwas Zeit zu sparen. So, wir sind jetzt hier in Fusion mit der Skizze, mit dem Screenshot. Und da gibt es in Fusion eine schöne Funktion, dass man einen Ansichtsbereich einfügen kann. Und davon machen wir Gebrauch. Das ist auch in dem Fall, um die beiden Seitenansichten auszurichten. Das ist eine sehr gute Referenz, um dann weiter zu modellieren. Hier war gerade die Herausforderung, dass das schrittweise Aktivieren oder schrittweise Verschieben aktiviert war und deswegen die Skizze immer nur eingerastet ist und erst nicht frei positioniert werden konnte. Das kann man unten über diese paar Optionen im unteren Bildschirmbereich deaktivieren. Und dann, wenn die Skizze einmal reingelegt ist oder der Ansichtsbereich, dann kann man durch Rechtsklick auf die Ansicht im Ansichtsbereich links kalibrieren wählen. Das ist ein sehr praktisches Tool, weil wenn man eine bemaßte Skizze hat, wählt man einfach zwei Punkte in der Skizze aus, gibt das entsprechende Maß ein und dann wird die Skizze dementsprechend in dem Bauraum oder in der Modellierungsumgebung skaliert, dass sie den Maßen entsprechend passt. Dann einfach nochmal ausrichten und wie ihr jetzt hier seht, liegt dann die Skizze schön in unserem Arbeitsbereich. Genau das gleiche haben wir für die zweite Ansicht auch noch gemacht. Vielen Dank. So, wir sind jetzt hier bereits in der ersten Skizze, mit der ich die Modellierung angefangen habe und hierbei ist die Idee, die Körper aus, im Prinzip eine äußere Rotationsfläche zu modellieren, die ich möglichst mit wenig Spline-Punkten aufgebaut habe. Ihr habt eben gesehen, ich habe oben und unten eine gerade gezeichnet und dann verbunden durch eine Spline-Kurve mit nur zwei mittleren Spline-Punkten und nutze jetzt die Reiter, um die Geometrie außen möglichst gut nachzufahren. Das ist eine wichtige Regel für den Arbeiten mit Splines. Je weniger, desto besser und dann lieber die Form oder diese CVs, die Control Vertices nutzen, um die Form zu bestimmen. Des Weiteren ist diese Hüllfläche, die jetzt gleich entstehen wird, die eine der Basisflächen, also der Level-1-Surfaces für die Modellierung aus, der wir dann mittels Verschnitten und Offsets die Geometrie heraus modellieren, um dann die Level-2-Surfaces, das ist zum Beispiel der Loft, also diese umlaufende, wo ich jetzt gerade mit der Maus langgehe, diese umlaufende Fläche innen drin, die zwei Primärflächen miteinander verbindet. Ich denke, da macht es Sinn, an anderer Stelle nochmal ein Tutorial drüber zu machen, über die Begrifflichkeiten. Gerne kommentieren, wenn da Bedarf da ist. Genau, ich spüre gleich nochmal ein bisschen weiter. Ich bin hier gerade in dem Form erstellen Werkzeug, weil ich gedacht habe, dass es vielleicht gut ist, die Ausbrüche in der Innenseite mit dem Form erstellen Werkzeug zu modellieren, weil das relativ schnell geht. Habe mich aber doch dagegen entschieden, sondern auch mit Splines zu arbeiten, weil das einfach doch besser zu handeln ist, beziehungsweise auch etwas parametrischer funktioniert. Das heißt, man kann im Nachgang die Spline-Punkte nochmal gut anpassen und dadurch seine Verschnitte aktualisieren. Das ist hier mit dem Tool, mit dem Form erstellen Werkzeug, mit den T-Splines oft nicht so gut möglich. Deswegen spüre ich an der Stelle nochmal weiter. Ich weiss nun mal auf dem Tool, aber begann den Knotchen einfach, mit dem das Tool, mit dem Tool! Das mit dem Tool vor dem Tool vor dem Tool vom Tool, mit dem Tool, mit dem Tool. Das ist hier mit dem Tool, mit dem Tool, ein paar Einge-Punkte. Und das ist hier mit dem Tool. Ich will Ihnen mal über 보면, wenn wir los und Ford haben. Und das ist hier mit dem Tool. Ich will dir einen kampf mal auf der Slecht, machen jetzt nicht einmal auf den Tool. Und das ist hier mit dem Tool ist, es ich mich schlabe bei mir alles zu machen. ich will mir ab voll und dann schauen, Nach ein wenig Rumprobieren habe ich mich entschieden, die Geometrie dieses Ausbruches durch zwei Splines und zwei Geraden zu zeichnen, im unteren Bereich war eine gerade, im rechten Bereich auch eine vertikale Linie, eine gerade Linie, die ich durch einen Spline verbunden habe. Dazu gleich nochmal, jetzt hier gerade baue ich den oberen Bereich, wobei ich jetzt da gerade an die Linie ran gesnappt bin, damit der Spline im unteren Bereich tangential in die gerade hinein läuft und im oberen Bereich habe ich mich entschieden, drei Spline-Punkte beziehungsweise ein Anfang, so ein Endpunkt, ein Spline in der Mitte, um die Richtungswechsel ausreichend nachmodellieren zu können. Das ist auch eigentlich so meine Faustregel für jeden Richtungswechselversuch mit einem Spline zu arbeiten. Jetzt seht ihr gerade nochmal, unten links fängt es an mit einer Geraden, einem Spline, der zwei Geradenstücke verbindet und dann oben läuft ein S-Schlag gebaut als Spline nach oben raus. Genau und das ist die Ausgangsgeometrie, um jetzt Schnitte vorzunehmen und den Körper zu teilen und zu verschneiden. Als erstes habe ich den Körper der Länge nachgeteilt, da wir ja einen symmetrischen Körper haben und deswegen an einer Hälfte arbeiten können und die uns rüberspiegeln können und im späteren Verlauf des Videos war es auch nochmal hilfreich, eine frische Seite, also die jetzt ausgeblendete hintere Seite noch zu haben, weil man die Flächen immer mal auch noch wieder verwenden kann. Genau, jetzt hier findet die Teilung statt für den Ausbruch nach innen. 3 1 1 2 3 1 2 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dazu kommen wir gleich. Jetzt sieht man gerade hier, wie ich die Begrenzungsflächen bzw. die Begrenzungskurven Profil 1 und Profil 2 für den Loft bzw. in Fusion heißt das Tool Erhebung aussuche. Da bin ich jetzt, dadurch, dass es ja ein einfacher Prototyp ist, nicht weiter in die Details gegangen. Man sieht, dass da die Fläche nicht gerade in den Ecken da nicht ganz einwandfrei ist. Die hat einen Baustich da etwas auf und ist da arg zusammengedrückt. Aber jetzt für die, den Bedarf dieses Modells ist sie ausreichend. Ein entscheidender Designunterschied gegenüber der Flasche, die ihr vorhin gesehen habt und auch dem gezeichneten Design ist der Griff, für den ich hier, also mit Griff ist das gemeint, was gerade mit 30 Millimetern bemaßt ist, dieser, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Griff. Und zwar habe ich den nicht einfach so modelliert und dann an die Flasche angefügt, wodurch das dann als sehr eigenes Feature wirkt und nicht so integriert ins Design, sondern habe hier mit Hilfe von den, von diesen einfach geraden Skizzen hier, die äußere, die Ursprungs, eine der Ursprungsflächen gecuttet, mir dafür Trimflächen erzeugt, die ihr jetzt gerade hier seht und mit denen dann Teile von dem, damit die äußere Fläche zurückgestutzt, sieht man jetzt gerade hier, auf der anderen Seite auch noch und dadurch, werdet ihr sehen, entsteht ein sehr viel integrierteres Design der Flasche. Ich hatte bereits angesprochen, dass ich auch im Laufe des Prozesses eine Designänderung ergeben hatte und zwar wurde die jetzt gerade kurz ausgeblendete Flasche, das ursprüngliche Flaschendesign mit diesem doppelten Bogenschlag ausgetauscht durch eine Flasche, die sich aus der inneren Fläche, die jetzt gerade kurz geheiltet war, ableitet, so diese und dadurch sehr viel, sich sehr viel besser in die Gestaltung der Flasche einfügt und ja auch aus praktischen Gründen, die man die andere, bei der ursprünglichen Konstruktion, diese doppelte, geschwungene gar nicht so leicht herausbekommen hätte. Das hat es aber mal dahingestellt, jetzt würde ich das Video nochmal beschleunigen, es folgt eigentlich vor allem erstmal nur noch Aufräumarbeiten beziehungsweise, nee, gar nicht mal Aufräumarbeiten, sondern Flächen aufzudicken beziehungsweise in einen Volumenkörper umzuwandeln. Das sind jetzt ja alles nur Flächen und wir wollen ja am Ende Volumenkörper haben, mit denen dann auch technische Elemente realisiert werden können, wie unten das Deckel noch schraubbar werden und all solche Geschichten. Ja, ich lasse jetzt mal wieder im Schnelldurchgang laufen, ich hoffe, man kann dem Ganzen doch noch folgen. Wie gesagt, erster Versuch ist ein Testlauf, viel Vergnügen. Also continents und Links. Ich meine, es gibt viele Towards Así. Allerdings noch Arnold. Wir haben damit unas Zeit nicht zu machen, aber wir wollen. Und hier irgendwas wollen. Aber wir wollen ja Incre Els, so, jetzt Mean κ first. Ich weiß das immer so aussehen. Ja, wir wollen ja mit gar nicht sein. Ich meine, da muss ja immer noch dasbang. Vielen Dank. 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 Alles gut auch. Ja, macht's gut.